Meine sehr geehrten Damen und Herren, heute Morgen im Ausschuss eine Stunde, heute Mittag in der Fragestunde eine weitere Stunde und jetzt im Plenum die dritte Stunde, über die wir uns heute über Rüstungsexporte unterhalten. Und wenn man das mal zusammenzählt in den letzten Monaten, wie viele Stunden da zusammenkommen und das, die Linke, ich komme gleich zu Ihnen, und das ohne, dass ich ein einziges neues Argument gehört hätte. Meine Damen und Herren, so, und jetzt wollen wir doch mal uns kurz den Linken widmen, die ja erst mal ein rigoroses Verbot der Waffenexporte ganz generell fordern. Wie immer, weg mit Hartz IV, weg, 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 das ist ja praktisch Ihr einziger Wortschatz. Mehr Wortschatz haben Sie nicht, außer weg, weg, weg und nein, nein, nein. Und wenn Sie mal Wahlerfolge erzielen wollen, dann sollten Sie Ihren Wortschatz etwas erweitern und mal ein paar vernünftige Vorschläge auf den Tisch bringen. Denn was heißt denn das, ein Verbot von Waffenexporten? Gucken wir doch mal nach, wenn wir das jetzt heute beschließen würden. Sie können ja noch einen Antrag dann einbringen, oder morgen vielleicht noch mal. Dann würde das natürlich bedeuten, dass über Nacht sozusagen die italienischen, die französischen, die englischen, die amerikanischen Hersteller von Systemen, die würden jubeln. Die würden jubeln, weil plötzlich sozusagen die Waffenexporte der Deutschen in die Europäische Union wegfallen. Und damit würde sich ein völlig neues Marktsegment für Sie auftun. Also das sind ja noch unsere Partner. Denen machen wir gerne eine Freude, aber eigentlich auch wieder nicht. Aber es freuen sich natürlich noch ganz andere in der Welt. Das sind nämlich die Chinesen, das sind die Russen, das sind die Nordkoreaner und alle diese Länder, in denen null Kontrolle darüber existiert, wohin Waffen geliefert werden. Und wissen Sie, Sie haben ja in Ihrer ersten Rede die Dame von den Linken, ich habe jetzt den Namen nicht ganz geläufig, hat ja behauptet, oder hat ja eines dieser berühmten NGOs zitiert. Und NGOs haben auch heute, meine Damen und Herren, nicht die Wahrheit gepachtet. Ja, das wird ja immer so dargestellt. Und der Kollege von der SPD hat es gesagt. Das eine sind die Guten, das andere sind die Bösen. Wir sind die Bösen und die NGOs sind ja in ihren Augen die Guten. Ja, und wenn er behauptet, dass in der Stunde vier Leute auf der Welt sterben durch deutsche Waffen, dann soll er doch bitte mal den Beweis bringen. Wissen Sie, wo durch sehr viele Leute in der Welt ums Leben kommen? Durch Millionen vagabundierende Kalaschnikows, die niemand weiß, wo sie herkommen, niemand weiß, wer sie wohin verkauft. Die sind nirgends registriert. Und das sind mal ihre Freunde gewesen. Ja, und diese Rüstungspolitik, die diese Länder, die diese Diktaturen machen, meine Damen und Herren, das ist das Gefährliche in der Welt. Das möchte ich noch mal ganz klar hier sagen. Und wenn wir jetzt mal an die Weiterentwicklung der Europäischen Verteidigungsunion denken, meine Damen und Herren, dann geht es ja im Wesentlichen im Bereich der NATO und der Europäischen Gemeinschaft auch darum, Waffensysteme, Verteidigungssysteme auf neue Plattformen, auf gemeinsame Plattformen zu stellen, ganz einfach, um Geld zu sparen. So, und wenn man jetzt Ihren Forderungen nachkommen würde, meine Damen und Herren, ja, dann könnten wir im Prinzip alle Betriebe in Deutschland sofort schließen, die mit diesen Plattformen oder mit diesen Systemen befasst sind. Das zeigt eigentlich schon erst mal, wie absurd diese Forderung ist, die Sie aufstellen. Und ganz klar ist, und das ist ja von allen Rednern heute noch mal deutlich gemacht worden, wie verantwortlich in Deutschland umgegangen wird mit den Rüstungsexporten. Und ich will noch mal zitieren, die Grundsätze, die dem zugrunde liegen, von den Grünen beschlossen, die müssten Sie ja auswendig können, die müssten Sie ja auf Ihrem Nachttisch liegen haben, weil es ja sozusagen damals von Ihnen ausgegangen sind. Erster Punkt sind die Menschenrechte. Das Zweite ist die Vereinbarkeit des Exports mit internationalen Verpflichtungen. Das Dritte ist die Einschätzung der innere Lage im Endbestimmungsland. Das Nächste ist der Erhalt von Frieden, Sicherheit und Stabilität in der Region. Dann haben wir die nationale Sicherheit der EU-Mitgliedstaaten. Das Verhalten des Empfängerlandes gegenüber der internationalen Gemeinschaft, insbesondere im Hinblick auf dessen Haltung zum Terrorismus. Das Risiko der unerlaubten Weitergabe der Ausrüstung im Empfängerland und die Vereinbarkeit der Rüstungsexporte mit der technischen und wirtschaftlichen Kapazität des Empfängerlandes. Ich will bloß auch mal damit deutlich machen, wie viele Kriterien im Prinzip erfüllt sein müssen, bevor der nationale Sicherheitsgrad überhaupt eine Exportentscheidung treffen kann. Insofern, meine Damen und Herren, die Länder in der Welt, die möchte ich sehen, wo so viel über Rüstungsexporte diskutiert wird und wo eine Regierung handelt mit so vielen Kriterien, die einem nur ein verantwortungsbewusstes Umgehen mit Waffenexporten erlaubt. Deswegen kann ich nur sagen, drei Stunden heute, Erkenntnisgewinn im Prinzip null. Das ist leider bedaubar. Das ist leider bedaubar.